Moinsen! Hallo liebe Freunde der gepflegten Spielkultur. Diesmal habe ich einen Satz besser drauf. Ja, ich habe so nahtlos weitergemacht von der letzten Aufnahme, von der doppelten, wenn man so möchte. Es ist jetzt Ende Januar und ja, da ich gerade mit dem drinnen bin, auch in den Problemen dachte ich mir, ich lasse euch teilhaben. Ich habe hier ein weites Geothermal Heating Plant in Auftrag gegeben und die Straße ist eben gerade fertig geworden. Ihr seht, die wurde auch noch nicht geräumt, ist in der Sekunde fertig geworden. Und die soll jetzt gebaut werden. Dann habe ich hier schon mal einen Weg rumgelegt, weil das Zoll soll hier verbunden werden mit einem Weg, um es erreichbar zu machen. Ja, haben wir gedacht. Oh, so geht's doch. Jawohl. So können wir den erst mal bauen. Darüber hinaus habe ich jetzt hier, ähm, wo sind wir? Ach, jetzt wird das schon mitgebaut hier. Wollte ich gar nicht. Ja, hier wollte ich noch. Hier will gleich eine Unterführung planen. Jetzt machen sie den erst mal mit hier. Äh, äh, ein paar Aussetzen. Kann ich das jetzt hier noch ein bisschen kürzen? Das müssten sie doch jetzt tun können. Jawohl. Ähm, ja, ich, äh, baue das hier gerade ab. Und, äh, weil das jetzt abgebaut wird, deswegen, äh, ist jetzt hier ein Problem, ähm, die, äh, ja, die Geheimpolizei kommt jetzt auch nicht mehr weg. Da steckt auch eben noch ein Krankenwagen fest. Das hier soll auch weg, weil ich will hier noch eins, zwei Gebäude reinquetschen irgendwie. Und dann kommt hier die Bushaltestelle hin. Äh, äh, von der sprach ich eben in der letzten Aufnahme. Das wird eine gesonderte Bushaltestelle, von wo aus dann die Arbeitskräfte für Bauindustrie abgegriffen werden sollen. Ja. Ja, hier war Aufschluss einmal weg jetzt. Er ist gerade zurück. Hat irgendwie, ja, 10.000 Rubel hat er gerade eingefahren. Ach, hier ist der Krankenwagen, von dem ich, achso, nee, das ist, ja doch, hier ist der Krankenwagen, der sitzt hier fest. Das ist ein wenig unschön. Aber mit solchen, ähm, Problemen haben wir halt rumzukämpfen, dann und wann. Ja, ich hatte etwas, äh, Heizungsprobleme, nicht wirklich, aber es gab die eine oder andere Meldung, es war nicht warm genug. Und, ähm, ja, es ist ein bisschen mager hier. Ja, das war abzusehen. Ich habe ja nur dieses eine hier hinten. Das ist noch verbunden mit einer, mit einem Wärmetauscher hier. Und, ähm, ne, und dieses andere hier, das ist dann hier auch so schön in den Bergen. Ja, gut, das passt da hin. Ich habe das mittlere genommen. Da gibt es drei Größen. Sehr klein, klein und mittel oder groß oder wie nennt man das? Wohngebäude, äh, Heizwerk, FG, Heizwerk. Und da sind das diese hier genommen. Einmal Micro, Small und Medium. Und ich habe mich für Small entschieden. Ich habe zehn Arbeitskräfte jeweils. Ja, Kies ist schon da. Das ist ja, geht ja flott. Unser eigener Kies. Aber wichtig ist erstmal, dass wir hier die Straße wegbekommen. Genau hier. Jetzt wird sie noch etwas ziehen. Das wird noch etwas dauern. So lange wird der da festhängen. Dann mache ich mal kurz etwas schneller. Ach, guck mal an hier. Guck, du bist schon fertig hier. Dann können wir hier doch schon mal was tun. Schau mal. Genau, dann hatten wir hier doch Wohngebäude eben. Und dann hatte ich hier eine Stelle, diese hier, 48, wenn ich die hier so schräg reinkriege. Und den weh ich dann noch hier durch. Da hätte ich gerne. Zwei Stück zu rein. 2x48. 96, ja genau. Weil ich hätte erst ein langes und dann dachte ich mir, nee, ich mache mal zwei Schräge rein. Ich hoffe, dass das hintere auch dann alles angeboten kriegt. Ich werde das mal schauen, dass ich das hier einigermaßen vernünftig... Nee, kann ich noch nicht. Ich will das erst weg haben hier. Ja, gut. Dann auf die Schnelle. Ein bisschen Bauschutt noch. Und dann auf die Schnelle. Hm, das funktioniert also. Sehr schön. Ist denn der Weg darunter schon fertig? Sieht so aus. Ja, und dann... Du kommst hier überall heran soweit. Und wie ist das mit... Ja, Hitze sehe ich noch nicht. Aber das strahlt hier ganz gut rein. Warum ich nur zwei Fragezeichen habe, wundern mich. Müsste doch vier haben. Da sind doch vier Autos drin. Die anderen Gebäude sind alle fertig geworden. Das habt ihr eben gesehen. Ja, aber da wurde es dann auch schon... Ja, hier wohnt noch niemand. Aber die sind alle fertig. Das heißt, es ist Wohnraum vorhanden. Daran soll es nicht hapern. Er ist durch hier. Dann könntet ihr doch nochmal... Weil sie wieder nach Hause fahren, wenn er hier durch ist. Ja, Krankenwagen. Das wissen wir auch. Pass mal auf, wir schicken dich mal nach Hause. Damit hier mal was geht. Genau so wie dich. Bevor ihr gleich wieder... Ach, es sind nur zwei. Ich dachte, ich hätte da mehr. Und bevor ihr gleich wieder lossaust... Machen wir das mal so. Okay. Bushaltestelle. Da hatte ich wieder diese Ending Station vorgesehen. Das ist gut. Gut, das gefällt mir. Den baut auch erstmal. Wenn die Straße steht, dann kann da ganz andere Klimbim hier verbunden werden. Jo. Ich bin... Vielen Dank. Vielen Dank. Alles andere läuft. Wir haben das Ding hier voll und warten darauf, dass er voll wird und er voll wird. Ich hoffe, das schaffen wir innerhalb eines Jahres, dass ich da auch mal einen Schnitt sehen kann. Ah ja, und ich habe übrigens die Forschung hier für das Ingenieurswesen angestrebt. Und diese Werbekampagne, muss man die jedes Jahr neu machen? Ich weiß es gar nicht. Hier, die hier habe ich Ingenieurswesen, weil ich ja auch Fahrzeuge produzieren möchte. Die Brücke habe ich ja hier weggemacht. Die gefiel mir nicht und da werde ich noch was tun. Du bringst wieder Nahrung. Und wenn er hier kommt und Nahrung bringt und hier schon nichts mehr drin ist, dann muss ich gegensteuern. Solange hier noch was drin ist, bis er wieder da ist, dann sind wir hübsch. Dann passiert nichts. Ja, Wasser und, äh, passt der gut rein, der Grüne hier. Okay. Toll. Gefällt mir. Etwas farbenfroh. So wie in Skandinavien, Norwegen. In Irland gibt es auch wunderschöne bunte Dörfer. Aber das nur am Rande. Ja, Key ist schon erledigt. Das geht jetzt ruckzuck. Ja, die hätte ich jetzt hier sparen können. Den Bus habe ich da reingesetzt in das Baubüro, was für Straßen zuständig ist, weil manchmal ist eine mit Laternen etc. Und dann ist es manchmal ganz hilfreich, einen Bus dabei zu haben. Der Hauptgrund war eigentlich, dass Autosearch ist notwendig für Gebäudewartung, dass da ein Bus beibezieht. Deswegen habe ich auch einen Mischer da drin. Ah, jetzt kommt Stahlsee gerade. Ja, das Gebäude ist nicht billig. Ob ich hier nochmal eine Straße rumziehe ganz? Ich weiß es nicht so recht. Ja, mal sehen. Eventuell. Deswegen habe ich auch diesen kleinen Pinockel hier gelassen. Weil ich dann später, die Autobahn wird ja hier weitergehen. Und dann möchte ich ja hier auch anschließen wieder. So, der Schnee wird schnell schmelzen. Jawohl. Und wie wissen wir noch mit dem Tunnel, als wenn es gestern wäre. Oh, ich möchte ihn nicht mehr müssen. Überhaupt. Alle drei. Eins, zwei, drei Tunnel. Oder vier sind sie eigentlich. Das sind ja zwei Elemente. Und noch eine Brücke. Ja. Ja. Ja, die schönsten Villen hier in der Gegend. Wer wohnt denn hier? Pat und Patachon. Bolleck und Lolleck. So, dann bauen wir mal Pferde hier. Jawohl. Jetzt gehe ich mal kurz auf die Pause. Um hier mal in Ruhe zu planen. Du gehst mal weg. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann kommen wir mal unter Führung. Halt erst die Straße ran. War ich etwas zu fäulich? So, wo gehst du ran? Okay. Du gehst so ran. Soll ich mir das hier versauen? Soll ich mir das hier versauen? Das ist eigentlich ein recht schöner Platz hier. Ja, deswegen habe ich gewartet, weil ich erst mal hier durch will. Mhm. So, dann können wir das nachher hier noch verbinden. Hier wollte ich auch noch durch. Ja, das sieht gut aus. Mhm. Das ist natürlich affig, dass man hier unter der Dingsnichts nichts bauen kann. Das ist, finde ich, extrem daneben. Ja, probier ich euch mal. Das ist alles zu flecken. Damit ist es also nuts zusammen. Was? Super. Ja. Okay. Ja, so. Das ist doch raffig, was ich hier mache, aber gut. Weil ich es kann. Ja, dann würde ich sagen, baut mal das. Erstmal. Und dann schauen wir weiter. Das ist doch schon mal viel wert. Und dann gucken Sie sich hindurch. Komm mal hier. Ja. Ja, die Meldung werden wir öfter bekommen. Ja, ich weiß schon warum. Ach, wegen dem einen hier jetzt. Okay. Okay. 760. 61. Ja. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Nehmen wir mal die Fremdenbusse. Genau. Und wenn wir hier so fröhlich weiter basteln, dann können wir auch schauen, was wir denn so einnehmen. An Klamotten, weil das nimmt hier langsam zu mit Arbeitskräften. Ja. Das gefällt mir. Hier wäre noch Potenzial für mehr, falls wir es brauchen. Im Moment natürlich nicht. Und, ähm, schauen wir mal. Hier gibt es nichts abzugrasen. Ja. Das läuft. Pö a pö geht das wieder hoch. Das geht zwar hier ein bisschen runter, aber das ist auch gerade eingezogen. Guck mal hier, der hier hat 5. Der eine hier. Ich lach mich weg. Ja, nun. Mach doch mal hier ein paar Leute rein hier. Jetzt kommen sie beide zusammen hier. Guck mal. Guck mal. Die sind schon fertig. Guck an. Die Wege sind auch dran. Ja. Gut. Das tun wir wieder hier ran. Wie machen wir es am dümmsten. Wie machen wir es am dümmen. Machen wir das mal so, ob das jetzt wirklich was bringt, das ist natürlich Teneff. Mhm. Okay. 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 Nicht schön aber selten. Okay. Jetzt geht das erstmal so ran hier. Der hier kommt nicht zur Sauna. Der kommt nicht zur Sauna. Moment mal. Dann müssen wir was anderes machen. Okay. 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 Dann brauchen wir, Moment mal. Da brauchen wir einen. Keinen, der seitlich raus geht, sondern einen der Personen vielleicht. Ich lass einmal Tag werden, weil der müsste schon in die Sauna kommen. Die Sauna ist hier, das ist ja Sport. Hier steht übrigens auch, falls, ich weiß nicht wer von euch das Kirillische mächtig ist. Hier steht Banja. A, das ist das russische B, A, das russische N und das spiegelverkehrte R, das heißt Ja, also Banja. Und das C ist einfach nur ein S, hier ist P, wie ein Portal. S, P, O, das was wir als P kennen, ist dann R und T, also Sport. Ja, und wenn man das weiß, dann spricht das ja schon für sich. Und wie weit geht denn Sport? Geht nicht bis hier. Ähm. Er kommt da auch nicht hin, ne? Dann müssen wir doch nochmal neu ran, hier. Das ist, nee, das gefällt mir nicht. Nee, 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 nee. Dann muss ich da was anderes tun. Pass mal auf. Dann gehst du auch nochmal weg. Gut, dass ich geguckt habe. Jetzt hab ich diese Straßen hier wieder hingemacht. Die hab ich doch vorher weggemacht, extra. Ach, ja, okay. Hm. Dann werd ich die doch so hinmachen, hier. Das Ding hier ist... Ach, wo bist du denn jetzt? So, da. Nee, er kommt da nicht hin. Das kann ich vergessen. Da, ähm. Andere Möglichkeiten noch. Corner Strip. Gerade so nicht. Nein, wird nix. Okay. Ähm. Sport hat diese beiden hier. Gut. Ähm. Was könnten wir noch machen? So könnte man machen. Hm. Was haben wir denn noch da schönes? 48, äh. Nee. Nee, der ist irgendein, der seinen, ähm, seinen Ausgang an der Stirnkante hat. Ja, so nun nicht gerade. Ich konnte ja auch nicht hin da. Mit Straße sieht doof aus. Was hätten wir denn da schönes? Wohnung. Hm. Gut. Lassen wir erstmal so wie es ist, würde ich sagen. Dann hab ich das eigentlich umsonst abgerissen. Wir werden sehen, was dort, ähm, entstehen kann. Die Quervitrasse hier, die werde ich lassen. Ja. Dann, ähm, hier kommt die Busverbindung. Da sind dann auch von genug, äh, dran. Und dann, ähm. Ja. Gut. Ähm. Das finden wir euch einen Daumen, bis das alles fertig ist hier. Ich, ähm, werde das Video beenden hier. Mitte März. Und, ähm. Ja. Ich lasse ein bisschen weiterlaufen. Und, ähm. Ich werde da bald so weiter nichts planen. Und, ähm. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.